Tadasana, die aufgerichtete Stehhaltung, die Stellung des Berges. Tada heißt Berg, übrigens tatsächlich mit einem langen A, Tadasana, auch wenn die meisten mir bekannten Yoga-Lehrer, bis ich selbst bis vor kurzem, Tadasana genannt haben. Also Tada ist der Berg, Asana die Haltung. Tadasana ist die Ausgangsposition für sehr viele Yoga-Stellungen. Für alle Stehhaltungen beginnt man entweder in der aufgerichteten Stehhaltung, Tadasana, oder in der entspannten Stehhaltung, die man auch nennen könnte, Sukkathadasana. In der aufgerichteten Stehhaltung sind die Fersen zusammen, die Zehen zusammen. Das Hauptgewicht ist auf den Fersen, aber alle zehn Zehen berühren den Boden, insbesondere auch die großen Zehen. Dann sind die vorderen Oberschenkel leicht angespannt, sodass du die Kniescheiben leicht hochhebst. Du entspannst auch das Gesäß leicht an, sodass du den oberen Beckenkamm leicht nach hinten schiebst und die Lendenwirbelsäule aufrichtest. Gleichzeitig schiebst du das Brustbein nach vorne und die Schultern zurück, ohne dabei ins Hohlkreuz zu gehen. Achte auf die sanft angespannten Gesäßmuskeln. Und dann stelle dir vor, dass der Nacken lang ist. Du kannst das Kinn leicht nach innen geben und den Scheitel nach oben. Du könntest dir auch vorstellen, dass ein freundlicher Yoga-Lehrer sanft die Haare am Hinterkopf direkt am Haarwirbel leicht nach oben zieht. Natürlich solltest du dabei noch die Finger entspannt halten und das Gesicht entspannt halten und sanft lächeln. Wenn dir das alles zu kompliziert ist, dann stelle dir einfach vor, dass du hoch zur Decke gehoben wirst. Diese Vorstellung allein, dass der Scheitel zum Himmel reicht, hilft dir, aufgerichtet zu sein. Das ist also aufgerichtete Tadasana, manchmal auch genannt Utita Tadasana. Jetzt gibt es die Möglichkeit, das entspannt zu machen. Dazu gibst du die Zehen leicht nach außen und auch die Fersen leicht nach außen. Und du entspannst auch die Oberschenkel und das Gesäß. Du hältst trotzdem das Hauptgewicht auf den Fersen. Und ganz entspannt stellst du dir trotzdem vor, dass der Scheitel hoch zur Decke geht. Das kann genannt werden Sukha Tadasana. Sukha heißt sowohl angenehm als auch entspannt. Dann gibt es von Tadasana auch noch weitere Variationen. Es gibt zum Beispiel die Variation mit Armen nach oben. Du gibst also wieder die Fersen zusammen, Zehen zusammen. Du hebst die Arme hoch, du gibst die Handflächen zusammen und du versuchst, die Finger ganz nach oben zur Decke zu geben. Das ist also jetzt nicht Uttanasana, wo du dich nach hinten beugen würdest, sondern Tadasana. Du bist ganz gerade und gibst die Finger hoch zur Decke. Dann gibt es Variationen zur Seite. Du kannst oberhalb des Kopfes die Hände falten. Und auch das gilt als Tadasana. Sowohl die Handflächen unten als auch die Handflächen nach oben. Auch das ist Tadasana. Und dann gibt es auch noch die Variation, die man auch als Parshva Tadasana bezeichnen kann. Von hier beugst du dich nach rechts und hältst eine Weile. So dehnst du die eine Seite. Das ist wie der sich verneigende Berg. Allerdings ans Berg hättet man dort etwas weniger Statik. Und dann zur anderen Seite. Wenn du das abwechselnd machen würdest, wäre es auch die Palme. Wenn du eine Weile hältst, ist es dann eben Tadasana, die Berghaltung. Und dann gib die Arme nochmal nach oben. Jetzt gibt es natürlich auch noch den drehenden Berg. Du könntest jetzt aus hier dich nach rechts drehen. Das wäre dann Parivritta Tadasana. Und du kannst dich natürlich auch nach links drehen. Eine andere Seite von Parivritta Tadasana, die zusätzlich noch drehend ist. Tadasana als Grundstellung, die Raffaela gerade nochmal einnimmt, die aufgerichtete Stehposition, hilft dir, die Wirbelsäule zu spüren. Hilft dir, dich stark zu fühlen. Hilft dir, eine Festigkeit zu haben inmitten aller Herausforderungen. Im Alltag ist es gut, zwischendurch auch diese aufgerichtete Tadasana einzunehmen und ein Gefühl von innerer Würde, von Kraft und Ruhe zu kultivieren.